Hallo YouTube. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Drang's Dogma 2. Ja, ich wollte eigentlich schlafen gehen, aber hier steht jemand. Minela, hallo. Okay. Ich habe euch nie aufgegeben sehen und dafür bewundere ich euch aufrichtig, denn obgleich ich ihrer Majestät viele Jahre lang gedient habe, konnte ich nicht die Motive von jemandem in ihrem inneren Zirkel erkennen. Seitdem kämpfe ich mit Gefühlen der Unzulänglichkeit. Wird ihr mich auf meine Reise begleiten, damit ich von euch lernen kann? Ja, ja. Much obliged. Ich habe keinen Reisestein dahin. Verdammt, das finde ich da. Okay, das wird ein langer Weg, aber ich muss erst mal schlafen. Erstmal. Genau. Erst einmal. Einen Tag. Das will ich brauchen. Quatsch, ich will das mal sagen. Die nehmen wir mal ruhig mit. Ich habe so viele Bücher. Fischenglut, Pfad des Winters, Kalsche Melodie. Speziell ungefähr Fall, der den vergiftet Wert des Ziels erhöht. Den lassen wir auch hier. Den steppe ich nicht mit. Nicht, dass ich da einen Fehler mache. Muss man sich abschicken. Kannst mir den geben. Kannst mir das geben. Mein Gott, ich muss mal alles verkaufen. Ah, ja okay. Das brauchen wir nicht. Okay, weiter geht's. Was hast du so Schönes bei dir? Ja. Mein Gott, habe ich die zugemeldet. Mentalschiff. Nein, 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 nein. Das ist eins. Okay. Leonora. Kann ich das nicht tragen. 193. Ich lasse das mal bei ihr, das kann man mal verbessern. Ach, das könnte ich eigentlich alles verkaufen. Okay. Lager ist voll. Von was denn? Oh Gott. Oh. Was ist voll? Seht ihr irgendwo nur 99? Oh, Explosionsfeile sind voll voll. Okay. Okay. Wir müssen sie erst beblenden, sonst haut sie ab. Okay, Explosionsfeile sind voll und ihr... Probe-Dinger. Was für alles gesammelt? Nein. Ja gut. Dazu muss ich einlagern. Giftpfeil. Tut mir leid, das muss jetzt aber sein. So. Ihm das. 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 Ich bin bei Spinnengift jetzt nicht so sicher. Ja. Ah, das ist die Explosionsfeile. Und das. Nein. Okay. Janora. Es tut mir leid, das ist halt auch so eine Sache, was dazu gehört. Oh, sie braucht Öl. So. Was macht dieser himmlische Lobgesang? Keine Ahnung. Gut. Hätten wir das? Und dann... Ich muss eine Runde schlafen, es tut mir leid. Schlafen. Bis zum Morgen. Schlafen wir ein bisschen Rest, dann? Ja. Bis zum Morgen. Nächsten Morgen. Dein Vassal ist von Jezus des Rifts zurückgekehrt. Siege Grimm-Uga mal eins. Nicht abgeschlossen. Okay. Was soll ich mit dem Koboldhorn? Nein, ich habe doch schon so viele, aber trotzdem. Abschließen. Gut. Gut. Wie schaut's aus? Sieben, 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 sechs und fünfzig, acht und fünfzig. Nano. Du bist langsam unterlevelt. Aber okay. Dann... Mal los. Mal los. Raus hier? Ich weiß nicht mehr, wo. Kann man noch was verbessern? Ausgang finden. Wo wollte sie hin? Die Karte. Ja, hier runter. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Laufen wir mal. St. 1. Ist das richtig? Straßen zum Flammenpark. St. 1. St. 1. Ah, ich glaube, wir kamen da nicht durch, oder? Wir schauen. Wir schauen. Die Karte. Ja. Ja, ich meine. Schal not. Na, mein Lieber, kommst du? Das wird lustig, wenn du den ganzen Weg dahin latschen. Ist das denn eigentlich um? Haben wir jemals hier um? Nein. 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 Das ist ein Kostad. Okay. Ist das nicht das Tor, wo ich durchkomme? Ja, bis dahin. Gucken wir jetzt hier raus. Wo ist das am Ockel hier? Okay, wir kommen hier nicht weiter. Da war ja was genau mit der Tür. Was ist das hier? Konferenzraum. Um den Berichten über die Überfülle auf Ochsenkarren von Händlern zu begegnen, werden wir eine Operation durchführen, die verantwortliche Banditenbande aufzustimmen. Bekannt als die Korallenschlangen, liegt ihr versteckt in einer engen Höhle und ist gut verteidigt. Als einer der ausgewählten Wächter wird von euch erwartet, bis zum besagten Tag einen rigorosen Trainingsplan einzuhalten, denn schnelles und koordiniertes Hangeln ist für den Erfolg ausschlaggebend. Das war der Tempel, ne? Ich bin völlig falsch. Was denn? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Ich will gar nicht mit ihm reden. Ich wollte eigentlich nicht zum Ausgang, aber hier sind wir richtig, ne? Gut. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Ich habe ja irgendwie zuerst learns, zumal ich in Ordnung. Ich muss nicht, dass sie nicht rauskommen. Ich habe mich verloren. Es ist ziemlich egal, wenn ich hätte, dass ich einen L. Selbst angebergt werden, die ich hierher gehend bin. Meine Berichten immer am Ende polecken. Ich habe mich frei. Ich denke, meine Berichten immer unterhält mich. Okay, das ist wieder so eine Sache. Ochsenkarren, aber fährt ein Ochsenkarren? Fährt ein Ochsenkarren zur heißen Quelle? Ich glaube nicht. Na ja, können ja mal fragen. Ah, hi. Ich will nicht. Wo steht? Das ist halt das Problem, dass wir da nicht rauskommen. Ich weiß nicht mehr, wie wir gelatscht sind. Ich habe keine Ahnung. Hier ist die Daphne-Grotte, wo man durch muss. Das heißt, wir müssen jetzt... Wo sind wir denn? Wir sind da. Hier... Was ist denn richtig? Ja, ich weiß, das ist gut. Es ist ein langes Arbeitstag. Äh, pfff. Oh Mann, bin ich. Kommt sie uns. Und eine 2, das weiß ich auch nicht. So ist es eine 2. Achso, deswegen. Ja, wir müssen ein ganzes Stückchen laufen. Wir müssen sicher, dass die Flamme öffnen können. Niemand kann sich zu retten, wenn es so wie das klappt. Die rätten aber schon was aus. Das ist ein blöde Fischer. Blöde Fischer. Das muss ich nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Über die Flamme schlappen. Ich bin da noch nicht. Oder wenn ich meine Leute hier cœle kämpfen. In den Wannen zu stehen. ja stehe ab glückmann Wo noch ist es? Okay, kommt sie? Das ist ein Problem. Was ist denn? Ist sie denn? Hallo, zu mir? Wo ist sie? Sie ist irgendwo festgepackt. Wie geht es? kommission untersucht das protokoll sechstes jahr das hatten wir schon mal oh nein ach man ist hier untergestürzt wahrscheinlich komm weiter ja könnte ja auch mal sterben aber du renn nicht immerhin immer so, die hat mir auch so ein Konzept gemacht ja irgendwie hier ja warum bist du da im Weg also könnt ihr jetzt mal bitte aufhören lass das kämpfen bitte den Leuten die das können zu mir Hilfe wo ich werde nicht mehr Ja, collect was du willst. Ich muss auf die Karte gucken. Nicht, dass wir irgendwo reinstellen, wo wir rein. Wenn ich rein wollen. Das sieht gut aus. Die Karte gehen nicht. Ich habe mein Bestes, um deine Karte zu verraten. Ich habe das Recht auf deine Karte gewertet, Herr Schäuert. Ah Manni, dann kommt hier auch nicht weiter. Ja, wir sind in der Mound und dann haben wir hier. Das war's für heute. Und stirb. Fall runter. Das ist das Beste, was du tun kannst. Ja. Wir kommen dann weiter. Okay. Warum stehst du neben mir? Also, ich verstehe manchmal diese. Diese Leute nicht. Ähm, Karte. Da drauf gehe ich. Guck mal, ich hole sie euch runter. Müssen nur sie töten. Oh, get off. What? Und, ich bin wieder von mir. Das Beste hat mir schon gut gesehen. Proceder mit Coulson, um ein Augenblick auf beide Seiten. Richtig. Du möchtest nicht mehr überbreden, wenn du immer wieder alle kleinen Trinket findest. Das ist so fair. 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 Okay. Okay. Das ist so fair. Das ist so fair. Das ist so fair. Das ist so fair. Okay. Okay. Das ist so fair. 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 Das ist so jung. So macht man das. Okay, we trounced our foe well and we mustn't allow ourselves I knew that I could count upon your strength arisen Okay, we might already have what we seek stored away I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down Kann man die nicht runterschießen? Das sind Spiralschüsse Egal, we'll have to go Ehm Okay, drop him Shhh Let me get that Yani mal Ehm Cartel und das ist nicht nicht Ich habe das Gefühl, ich laufe wieder zurück. Nein, doch nicht. Er ist tot. Er ist tot. Okay. Habt ihr es? 58. So. Sind wir dann bald da? Raus? Okay, weiter. Ähm. Ne. Ah, hier weiter. Okay. Sollten wir machen. Me thinks we found all there is to discover here. Let us make for a safe location where we might regain our strength. This is too cold. Phantasm sighted. Flaps. Yes. Orche fell from the beast as it breathed its last. Habt ihr es bald? Ich bin so verträumt. Irgendwas gefährliches? Ich bin hier runterrutscht für nichts. Ich dachte, hier ist der Weg, aber nein, der Weg ist da. Dieser Weg kann leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Oh, Monkeys. So, wir werden aber da jetzt lagern. Machst du voll von der Dunkelheit hier. Das ist unser Lager, verschwindet. Können wir das? Können wir lagern? Jo, können wir. Ich kann was trinken. Nein, 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 nein. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Entstanden. Wir sollten uns eine Chance geben, wenn wir unsere Reise weitergehen. Schöne Haier machen. Sind wir bald da? So giftig grün ist es schon hier. Jetzt muss ich nur noch mal. Jetzt muss ich nur noch mal mich orientieren. In die Richtung. Aber das ist, was das? Er, nicht so gut. Ich habe mir das! Wir müssen bald, als wir normalen geworden sind. Wir müssen wir verwecken. Wir müssen nicht nachdenken. Ich bin sehr gut. Ich bin los. Nein, wir sind sehr gut. Ich bin so gut. Wir müssen noch mal da. Es sind doch bestimmt noch mehr. Querschläger hier. Ich komme auch immer wieder hier, oder? So, wo weiter? Das ist ein Klein-Scheißer hier. Oh, sie lebt noch. Ich dachte schon, sie wäre wieder tot. Was ist hier? Ist doch nichts. Hier waren wir doch schon ein paar Mal. Okay, können wir dann weiter? Was ist hier? Was ist hier? So, was ist hier? As a matter of fact, curious thing. One of my former masters chose to hire only women. I wonder why. Each to their own. Now, what might that be? We ought to take a closer look. Schneller raus hier. Natürlich nicht. Das muss auch immer noch sein. Oh mein Gott. All together now. We attack as one. Strike fast and true and our quarry shall fall. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. So, geht das. So, geht das. Well done, Marcel. Das ist doch ja in den Höhlen. Die Pfeile. Puh. Nur kommen wir nix. Wir müssen aber da sein. Oder? Woher will die denn hin? Ja, ja. Überladen. Ja, klar. Oh. Ich hab was weggeschmissen. Das hält immer manchmal seitdem nicht. Geben an. So. Come to think of it. We might already have what we seek stored away. Drop all your bags. Leave your luck right now. Let my magics grant you an elemental boon. Come on, mate. Smile! Come on, mate. I'm getting sick, mate. Come on. I'll die, mate. Come on. Hey. Shit, son. Okay. Okay, können wir dann weiter. Das ist nicht mit der falschen Truppe angelegt, mein Lieber. Natürlich bin ich wieder schwer. Ja, ja, blablabla. Ach, was mach ich denn, ich nehm' von ihr. Also ich hab' ... Kombinieren, drei Stück, sehr gut. Kombinieren. Ja, hier heiltrinken. Geben. Nein, nein, nicht so viel. Vier Stück. Geben an den Bohrer. Ich weiß immer noch nicht, wo die hin will. Wo wär' sie denn hin? Sind schon dran vorbei oder was? Wo ist das hier? Ja. Irgendwie schon. Hä? Die Kiste? Ich hab' die Kiste nicht gelohnt. Löschsirup, ja. Toll. 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 Wo? Wo ist das nicht richtig sein? Wo ist denn das? Geißerweil? Ah, zur heißen Quelle will sie. Ah, zur heißen Quelle will sie. War doch irgendwo. Harry Potter ist auch unterwegs hier. Bitte schön. Oh, ist ja das rote Bäckchen. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet. Es war eine sehr aufschlussreiche Reise. Ich war beeindruckt von der Stärke eurer Überzeugung und ich glaube, ich habe das Geheimnis eurer Kraft erkannt. Darüber hinaus sehe ich nun deutlich, woran es mir mangelt. Und sobald eine Schwäche bestimmt wurde, kann sie überwunden werden. Ich muss dir bedanken. Lass mich diesen kleinen Gestur. Gut, hey! Saufkumpan. Hi. Vermin hat dann einen neuen Sovereign. Ich habe ein Geschenk für dich. Du säufst doch so gerne. Äh, Lampenöl nicht. Oh, ich lege klar. Ja. Ich weiß, dass ich keine Ahnung habe. Das ist ein Start. Okay. Das hätten wir erledigt. Gute Rehmer, aber ich würde sagen, der Part ist schon wieder so lang. Ich gucke mal auf die Uhr. Okay. Der nächste Part. Ja, noch ein paar Minuten. Aber ich würde sagen, wir machen eine Schnellreise. Die hellreise. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Gibt's ne Kiste da unten? Collect ma. Ich war noch nie da unten. Ähm. Guck mal auf die Karte. Wir wollen... Ach. Ich habe keine Lust den ganzen Weg wieder zurück zu latschen. Das kann ich nicht. Wir müssen nach Lutz. Wieso müssen wir nach Lutz? Wieso müssen wir nach Lutz? Okay. Äh, wir machen eine Schnellreise. Warte mal. Ähm, Schnellreise. Wieso? So! Das war so gut wie wir hofft. Lass uns schümmen unsere Augen über uns und analysieren die Situation. Beginn wir mal eben nach Hause. Come to think of it, we might already have what we seek to store the way. Bitte vergib meinen Eindringen. Es ist zwar höchst ungewöhnlich, dass eine Militärbeamnte, die verantwortlich für die Beaufsichtigung von Teilen der Verteidigung einer Nation ist, eine Zivilperson aus persönlichen Gründen aufsucht. Aber ich musste euch dies einfach selbst überwinden. Ich hoffe bloß, dass ihr es nützlich findet. Und Alexia, danke. Ja, wir lernen uns, nehmen schon mal, ja, Drachenkristalle brauchen wir nicht. Das machen wir später. Wir gehen nach Lutz und dann erkunden wir, zu einlagern. Ich habe ja gar nichts im Einladen. Ich will verkaufsuchen. Okay. Dreht er für dich. Ich wollte was nehmen. Wir gehen zur Friseur. Mir gefällt die Farbe nicht mehr. Ne, ich bin eine andere Farbe. So, wo war denn das? Ja, wo war denn das? Roter oder Violett? Nehmen einmal. Violett mit. Leonora kriegt auch eine andere Farbe. Und das kann man auch mal machen. Wir gehen zum Friseur. Friseur. Da ist manchmal Punkt 1 hin. Ich glaube, ich habe die Farbe schon mal. Ich glaube, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich glaube, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich glaube, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Hallo, ich habe ein paar neue Techniken bekommen. Veröffentliche sie bei deinem Läscher. Das ist sowieso eine andere Farbe, meine liebe Kalistron. Nein, die mag ich nicht so. Sag mal, ist die neu oder so? Kann das sein? Krieg ich überhaupt noch nicht, hab ich nicht drauf geachtet. Niedlich, aber nein. Leonora, was heißt das mal von Zöpfchen? Einfach mal was anderes. Ne, du kannst mal hier so Zöpfchen. Ja, die und dann aber... Das ist sowieso was. Ich weiß nicht, was ist das? Jetzt vielleicht nicht ganz so grell. Ein bisschen was Rosanes. Mal was Grelles, oder? Okay, ein bisschen dunkel. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frise so gut finden soll. Ne, Leonora, vielleicht doch dann wieder einen Zopf. Also, meine großen Zöpfchen. Zöpfchen, ich weiß nicht. O Gefühl, was gibt es noch gar nicht so? Keine Frau? Dann sage ich nicht mehr, was hier bist du? Also gibt es noch gar nicht so. Das ist auch gar nicht so. Es muss ja nicht so. Dann sage ich mal. Was is denn noch gar nicht so? Das ist wirklich. Was ist noch gar nicht so? Oh, okay. Du bist Fertig Jetzt komm ich noch dran Ich geh wahrscheinlich wieder ins Rote Das Blaue Ja, aber derzeit ist langweilig Das lädt aber ganz schön, ne? Na komm, spiel Warum, ich gar nicht kenne dich Du bist so Wenn du eine neue Beziehung bist Vielleicht meine Services können So was knalligrotes, oder? Leila. Nö. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das sieht auch nicht schlicht aus, ein bisschen zu kommen. Ne, blau war langweilig mit der Zeit. Was sind die Lieder? Oh, das ist mir zu groß. Das sind dunklere Töne. Oder gehen wir mal so in diesen Blondton rein. Oder gehen wir mal helle Spitzen. Hm? Das weiß ich noch nicht mehr, was ich bei Leonora gemacht habe. Oh, das sah nämlich schön aus. Hm. Hm. Wir sind im Farbton nicht. Ist das schon zu gelb? Nee. Ich habe es vergessen. Verdammt, ich habe es vergessen, was sie für einen Farbton hatte. Das war nicht schlecht von Ihnen. Das ist mir gelb. Das ist ein bisschen zu orange. Schau. Den Sie hatte, sah wirklich schön blondig aus. Ich glaube, 90 würde ich nehmen. Okay, fertig. Wollen wir jetzt einfach. Ich kenne dich gar nicht. Äh, ähm. raus. Zu Leonora. Ich muss mal eben... Hallo. Was kommt ihr dann? Leonora? Lass dich anschauen. Ja, ist doch gut so. Wenn ich die Farbe habe im Moment. Machen wir es an. So. Kommen wir dann? Ich weiß nicht wohin. Ach, nach Lutzung. Mö, vor ich mich nicht nur so weit darf. Ich geh nicht hierzu. Ich hab, nach Lutzung gefeiert. Lassen Sie mal so weit. Ah, blüntchen. Ich gehe mich, nach Lutzung gefeiert. phosphatisch war. Hierher muss ich noch brauche. Ich habe nicht zu leicht. Ich habe gem absent. Oh, nun, sie in ihrem Mund vorbeis descent. Ich habe hier nonetheless gewusst. Ich habe mich nur. Gehen, wieder zu übern. Ich habe ein Wander. Ja. Und Leonora hat immerhin was los. Fällen dir deine Haarfarbe nicht? Ist doch okay. Kann man doch mitleben, Leonora. Ja, kann man mitleben. Gut, ihr Leben, das soll zwar auch gewesen sein. Im nächsten Part. Gehen wir in der Lutz. So, das Orakelfragen noch. Aber nicht mehr in diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es weiter. Bis dahin. Adios.